Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich glaube, das ist diese Diese Kühlstation da Heute wird aber viel getötet, hä? Ah, ich glaube, das ist die Kühlstation da Heute wird aber viel getötet, hä? Ja, ich glaube, das ist die Diät machen wir an Weihnachten Meiner spielen 1 Cent Ah, ich bin ja schon in Valentine Oder? Ja, ja Oh, man kann fast die Richtung nicht steuern, weil Ach, das ist die Ei, 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 ist das übel Ganz, ganz übel, woran könnte das liegen? 1,50 wenn du dann 30 Tage nicht gespielt hast sind das allerdings 45 Euro die dir auch einmal fehlen vielleicht findet ihr mein Pferd hübsch 1,50 5 7 7 8 8 9 9 10 10 10 A lot of folk coming by with these lately. Sure, I'm buying. Alright, I'll take it. Mm-hmm. Easy, easy. Over. Come again. Zeitlupe. Wenn ich die Reisordnung abgeschlossen habe, dann werde ich mal gucken, dass... Ich muss mal rausziehen, warum das nicht schlecht ist. Ich weiß, dass da irgendwo ein Programm was läuft und was irre dreht und... ...mir meine CPU auslastet. Zu ein paar Prozent. Ich brauche jedes Prozent für das Spiel. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich habe alles, was du brauchst. Ich habe ein paar Mal schauen. Gib mir mal fünf Äpfel. 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 Gib mir gleich! gesuchte von Steckbringsel aus New Hanover abgeliefert und Vielleicht sollte ich meinen Schofieldrevolver, den ich da habe, doch ein bisschen verbessern. Denk ich spare ich ja auch im Google. Ach nee, ich spare auch noch bescheide Pistole. Einen habe ich schon erledigt. Naja, vielleicht gucke ich jetzt trotzdem erstmal nach, ob ich noch irgendwie was in Task abschießen kann, dass es schneller geht dann. Nee, 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 sieht nicht so aus. Ah, ich nehme mal die hier, die Haare, nein, die Mitte. Wohl, ich glaube, jetzt ist es irgendwie, aufgrund irgendwie, es macht einen flüssigeren Eindruck. Auf nach Hart, Hartland Overflow. Nee, also kann man doch schon spielen. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe den Tab im Chrome jetzt gewechselt, auf den YouTube Upload. Vielleicht hat der andere Tab irgendwie so viel CPU gefressen, weil irgendeine blöde Animation im Hintergrund war. Keine Ahnung. Jetzt läuft es doch besser. So kann man spielen. Ist zwar nicht perfekt smooth, aber... Ey, meine, halt die Krücke. Oh, der Rechner ist schon 2009 oder so. Jetzt ist er bald 14 Jahre alt. So kann man spielen. Ich bin seit Jahren. Ich bin seit Jahren. Ich bin seit Jahren. Ich habe mich mit dem, das zu tun. Ich habe mich mit dem, das zu tun können. Ich werde mich mit dem, das zu tun. Ein bisschen energetik hat. Ich habe mich mit dem für den Artikel gemacht. Dann mache ich mich mit dem, das zu tun. Somit ist ein paar Rechnerin. Besonders die eine drittere oder andere Sprach ấy. Manuel, dass für die Krise? Das war's für heute. Das ist ja eine ganz schöne Strecke, die man da reiten muss. Für mein Pferd gilt das leider nicht. Das ist ja nicht, dass je mehr Schicht bewegt, die Ausdauer wächst. Ah, ah. Wäre ja auch ein bisschen doof, die anderen Sachen zu verkaufen. Es geht ja ums Verkaufen. Wir wollen hier Geld damit machen. Aber ich finde dafür, dass sie Geld dafür verlangen müssen, schon ein bisschen mehr bieten als Bugs. Hey! Okay. Okay. Vielen Dank. 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 Okay. Ah, good. Okay. 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 Well, you know where to find us, if you change your mind. Jump! That Dakota monitors. Was? Hier haben wir noch eine Schwierigkeit. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bei Fort Wallace? Ei, 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 ei Was ist das? 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 Was ist das?